Herzlich willkommen zu Ihren SRK TV Nachrichten, heute mit einem außergewöhnlichen und ausführlichen Interview. SRK TV hat mit Thomas Werner gesprochen. Er ist persönlich haftender Gesellschafter der Cordes und Gräve KG. Diese ist unter anderem die Holding der GC-Gruppe. Vier aktuelle Branchenthemen standen bei dem Interview im Fokus. Zum einen die Digitalisierung, dann der Vertriebsweg, die Ausbildung und schließlich die Markteinschätzung. Ein Hinweis sei an dieser Stelle erlaubt, wegen der Länge des Interviews nutzen Sie bitte eine Wi-Fi-Verbindung, um Ihr Datenvolumen zu schonen. Ja, und jetzt dürfen Sie gespannt sein auf unser Interview mit Thomas Werner. Wir treffen uns hier zum Interview, weil die Branche im Moment so ein bisschen im Umbruch zu sein scheint, schon seit einigen Jahren, sagen viele Meldungen. Herr Werner, sicher ein ganz großes Thema, das die gesamte Branche von Industrie, Handel und Handwerk betrifft, ist die Digitalisierung. Allein die Zusammenarbeit der drei Stufen im Bereich Daten hat ja gerade im letzten Jahr auch wieder Veränderungen gebracht. Wenn ich an Open Data Check jetzt denke, dass die Server wieder da sind im Handwerk, im Großhandelsbereich. Wie sehen Sie diese Zusammenarbeit? Hat man jetzt den Weg gefunden, um, ich sag mal, den Schritt auf dem Weg zur Digitalisierung in der Branche, sprich in der Bestellung, in der Lieferkette besser zu organisieren? Ja, erstmal herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Klein. Ja, Sie sagen zu Recht, es gibt viele Herausforderungen, die vor uns liegen, viele Dinge, die wir anpacken müssen. Also die Gesamtthematik Digitalisierung wird ja immer so als neues Thema dargestellt, wo man sagt, Mensch, das ist jetzt in aller Munde. Wenn man mal zurückblickt, dann hatten wir 1976 das erste Mal eigentlich angefangen, von dem Papier wegzugehen, auf damals noch diese Mikrofische, weiß nicht, ob Sie die kennen, die Bildpreisliste sich anschauen konnte. Und dann gab es mit der Branche zusammen, 83 glaube ich, das erste Mal eine Normung für die Übergabe der Daten. Und 86 kam dann, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, Data Norm, da hat man dann mit Disketten die Daten hin und her gegeben. Also die Branche hat schon sehr früh sich mit dem Thema beschäftigt und hat, glaube ich, auch im Laufe der Jahre immer wieder den Anforderungen entsprechend Rechnungen getragen. Wir haben ja auch bei uns Mitte der 90er mit dem Online begonnen, mit dem Online Plus, also mit dem Bestellportal. Auch da läuft ja sehr viel digital. Fast die Hälfte der Bestellungen zu Lieferungen kommen inzwischen über diesen digitalen Weg. Da ist also auch in unserer Branche eine Menge passiert. Es gibt darüber hinaus die Chance, dass man eben schon mit dem Smartphone die entsprechenden Produkte auf der Baustelle bestellen kann, also eine entsprechende App. Auch da ist sehr, sehr viel passiert. Und damit das weiter gut funktioniert und wir die Geschwindigkeit halten können, mit der das Ganze jetzt hier voranschreitet, denn die ist sicherlich jetzt in den letzten drei, vier Jahren enorm anders geworden und hat enorm angezogen, die Geschwindigkeit, mit der das Ganze vorangeht, müssen wir im Bereich der Daten und das ist das, was Sie ansprechen, einfach noch besser werden. Wir sind dort, glaube ich, auf einem guten Weg. Wir haben gute Voraussetzungen, aber die Datenqualität ist das A und O, um diesen Prozess wirklich sauber ablaufen zu lassen. Das heißt, es geht bei so einfachen Dingen los, wie Maße, Gewichte, aber auch die technischen Daten und dann die entsprechenden Informationen, die zu so einem Artikel dazugehören. Und da müssen wir gemeinsam mit der Industrie für das Handwerk eine gute Basis schaffen, dass wir hier auch von den Vorteilen dieser neuen Technologie gemeinsam profitieren können. Diese Vorteile nutzen ja auch, ich sag mal, andere Vertriebskanäle. Früher war es der Baumarkt, teilweise Baustoffhandel und und und, aber inzwischen ist es ja viel vielfältiger geworden und wir hören immer wieder, in Deutschland ist es noch nicht ganz so weit, dass Firmen wie Amazon und Co. mit Marketplaces auch in unserer Branche immer stärker Einzug halten. Wie sehen Sie da die Entwicklung? Wie muss die GC-Gruppe reagieren, um hier der attraktive Partner für den Handwerker zu bleiben? Ja, also Sie haben absolut recht. Die Begehrlichkeiten anderer marktfremder Partner in unsere Branche einzusteigen sind natürlich da, das ist völlig klar und wir müssen uns immer wieder die Frage stellen, sind wir in der Lage, das beste Leistungspaket abzubilden und hieran müssen wir arbeiten. Und natürlich bringt auch die Entwicklung im Bereich der neuen Technik Möglichkeiten für Branchenfremde hier gewisse Dinge anzubieten. Für uns ist es wichtig und wesentlich, dass wir im Gesamtangebot eben für den Handwerker eine Voraussetzung schaffen, die ihn erfolgreich macht auf der einen Seite und die eben alle Möglichkeiten abbildet, die er braucht, um die Ware zu bekommen. Das heißt, nicht nur die Ware im richtigen Moment zu bekommen, sondern auch die Beratung, die dazu gehört. Und wir sind ja mit über 800 Logistikstandorten in Deutschland vertreten, das heißt nah am Kunden und hier auch möglichst in einer Situation, in der der Kunde vielleicht noch nicht genau weiß, welches Produkt er braucht, die entsprechende Auswahl zu bieten. Denn es ist ja nicht so, dass die Handwerker generell nicht in der Lage wären, ihren Materialeinsatz zu planen. Es ist ja in vielen Fällen so, dass die Situation auf den Baustellen oder gerade im Sanierungsbereich eben spontane Einsätze erfordern und hier das Material, was man benötigt, nicht von vornherein klar ist. Und da müssen wir schnelle Lösungen bieten, damit der Handwerker, ich sag mal im Idealfall die Hand aufhält und das Material schon reinfliegt und er das dann auch sehr schnell einsetzen kann. Und da arbeiten wir dran und da hilft uns natürlich das Thema Digitalisierung auch. Aber Sie haben recht, nichtsdestotrotz müssen wir wachsam sein und müssen hier immer wieder daran arbeiten, dass wir ständig besser werden. Zu dem Thema gehört sicherlich dann auch die Lead-Generierung beim Endkunden. Mit Elements beispielsweise, demnächst mit der Thermobox bieten Sie zwei Facetten an. Ganz kurz nachgefragt, wie ist denn Elements im Moment im Markt verhaftet? Wie viele Handwerker kooperieren, wenn ich das so formulieren darf? Geben Sie mir ein anderes Wort. Schon mit Elements im Moment. Ja, vielleicht muss man glaube ich nochmal auf den Eingang Ihrer Frage eingehen, wo Sie sagen, dass wir uns um den Endkunden bemühen und um den kümmern. Unser Kunde, der bei uns im Fokus steht, das ist das Fachhandwerk. Und wir haben in Deutschland und wie ich finde zu Recht ja auch mit dem Meisterbrief und mit der Voraussetzung, dass man Produkte einsetzen kann, die Situation, dass wirklich die Fachleute die Produkte einbauen. Und dem Fachhandwerk haben wir uns verschrieben vor über 50 Jahren. Das wissen Sie und haben gesagt, das sind unsere Kunden und für die müssen wir alles tun. Und dass wir in der Formen, da gibt es ja aktuell auch Beispiele, wenn eben am Bau nicht die richtigen Dinge eingesetzt werden, denken Sie an die schrecklichen Unglücke mit Bränden. Wir haben sehr sensible Produkte, die wir einsetzen, wo es mit Wasser, mit Gas, mit Strom zu tun hat. Dass wir auf der einen Seite technisch allen Unterstützung bieten für das Fachhandwerk und auf der anderen Seite natürlich dazu beitragen müssen, dass das Fachhandwerk bei seinem Kunden, bei dem Endkunden den entsprechenden Zugang bekommt. Und dort sehen wir uns eben als Unterstützer für das Fachhandwerk, dass wir beim Endkunden entsprechend mit dem Fachhandwerk, aber immer mit der freien Kalkulationshoheit des Fachhandwerkes unterstützen, dass das Fachhandwerk an seinen Auftrag kommt. Also als erstes schauen wir auf unsere Kunden und dann müssen wir gucken, was können wir tun, um unsere Kunden zu unterstützen, um erfolgreich zu sein. Und dann kommt das Thema Lead, dann kommt das Thema, dass eben die Kunden angesprochen werden von vielen Stellen. Und da muss man glaube ich auch nochmal klarstellen und unterscheiden, worum geht es da. Wir sagen, Elements ist der einfachste Weg zum neuen Bad. Und das Bad ist ja eine Gesamtkonstruktion aus ganz, ganz vielen Elementen, die auch ein technisches Know-how erfordern. Man sieht die Dinge vor der Wand, aber denken Sie nur mal an die Duschrinne. Wer kennt den Fußbodenaufbau? Denken Sie an die Situation, dass man bei der Auswahl der Dusche wissen muss, wie viel Wasser muss ich zuführen, wie viel Wasser muss ich wieder wegbringen? Habe ich genügend Speicherkapazität? Passen die Dimensionen der Zuführung, der Abführung? Wie sieht es aus bei so einfachen Dingen wie dem Waschtisch und der Armatur? Passt das zusammen? Was dort über online läuft, ist ja nur ein Angebot von Produkten. Und ich vergleiche das immer gerne mit dem Auto. Wenn Sie sich heute einen Golf kaufen und Sie gucken dann und sagen, naja, Sie wollen ja ein fahrendes Auto, was funktioniert. Jetzt schaue ich mir mal das Lenkrad an und jetzt gucke ich mal, was so ein Lenkrad irgendwo im Internet kostet. Oder ich nehme mal den Bremssattel oder die Bremsscheibe. Aber ich muss es dann selbst zusammenbauen. Da würde ja keiner auf die Idee kommen. Und was eben unsere Aufgabe ist, gemeinsam mit dem Fachhandwerk, dieses gesamte Leistungsspektrum, was da angeboten wird, auch so rüber zu bringen. Wir werden, wenn wir uns auf die reine Preisvergleichsschiene von Produkten begeben, nicht auf dem richtigen Weg befinden. Wir müssen die Transparenz, die da ist, erklären, ergreifen. Wir müssen diesen Herausforderungen begegnen. Aber wir dürfen eben nicht einzelne Dinge herausziehen, sondern wir müssen den Kunden, wenn er im Bereich online sich mit dem neuen Bad beschäftigt, als Point of Information und vielleicht dann online auch über unsere Elements-Seite auf uns aufmerksam wird, müssen wir ihn dann, wenn wir ihn in die Offline-Welt führen, mit dem Handwerk zusammen diese Gesamtkomplexität klar machen und ihm eben auch mit dem Leistungspaket überzeugen. Und das ist die Aufgabe, die wir mit Elements angehen, wo wir mit Kooperationen, also Mandaten, Handwerkern, die gesagt haben, ja, ich möchte mit euch gemeinsam in der Ausstellung Elements, die Ausstellung des Fachhandwerkes diesen Weg beschreiten. Das sind inzwischen über 10.000 in Deutschland. Mit denen gehen wir diesen Weg und holen dann den Kunden ab, überzeugen ihn, damit wir ihn nicht verlieren in einen Online-Shop. Und es gab mal irgendwo so eine Anzeige, habe ich gesehen, fand ich ganz toll, das neue Badezimmer, da saß dann jemand auf Kartons, wenn man es online bestellt oder eben komplett fertig montiert. Denn das ist ja das, was den Kunden interessiert. Gelingt denn mit Elements, dass mehr Endkunden diesen Weg von online in die Ausstellung finden? Gibt es da, also wir müssen jetzt keine konkreten Zahlen nennen, wäre zwar schön, aber spürt man bei der GC-Gruppe in den Ausstellungen diesen Pull-Effekt letztendlich? Ja, also wir spüren schon, dass wir durch die Entscheidung Elements, Ausstellung für das Fachhandwerk und den einheitlichen bundesweiten Auftritt, wo wir uns ja bewusst als Großhandel zurückgezogen haben, dass wir dadurch eine Dynamik entwickeln konnten. Und dass wir es auch schaffen, gemeinsam mit dem Handwerk die Kunden dann für die Fachschiene zu gewinnen. Denn die meisten Kunden, die sich für ein BAD interessieren, tauchen irgendwann in einer der Ausstellungen auf. Und da ist genau der Punkt, wo wir hier ansetzen. Und da müssen wir sagen, in dem Moment müssen wir einfach den einfachsten Weg zum neuen BAD gemeinsam mit dem Fachhandwerk hier an den Kunden bringen. Verlassen wir das Thema BAD und kommen mal zur Heizung. Denn dort haben Sie ja mit der Thermobox vor ungefähr gut einem Jahr auch die digitale Lead-Generierungswelt erst zu B2B, also zum Fachhandwerk. Aber glaube ich, in naher Zukunft, ich weiß nicht, ob im August, September, dann auch zum Endkunden, man kann sagen Ähnliches vor. Vielleicht können Sie so kurz wie möglich Thermobox mal erklären. Was steckt dahinter? Die Thermobox ermöglicht es, dem Handwerk, die Heizungsanlage eben online oder offline mit seiner eigenen Ausrüstung vor Ort beim Kunden zu konfigurieren. Und zwar in einer Entwicklung gemeinsam mit dem Fachhandwerk. In dieser Konfiguration sofort dann auch die Montageleistung mit berücksichtigt wird. Es ist so, dass in der Auswahl der Produkte, da laufen im Hintergrund sehr, sehr viele Prozesse. Das geht von 20 bis 250 kW. Die Komplexität der Anlagen ist schon gewaltig. Von der Wärmepumpe über die normalen Gasgeräte, wie wir sie kennen und auch Ölgeräte, dann das gesamte Heizungssystem, was da ja damit zusammenhängt, die Pumpen und so weiter. Das ist sehr komplex. Dann gibt es im Hintergrund einen Abgleich mit diesen Produkten. Da werden sofort die tatsächlichen Bezugspreise des Handwerkers zugrunde gelegt. Bei uns. Und mit diesen Bezugspreisen kann er dann durch seine eigene Kalkulation sofort einen Preis dem Endkunden übermitteln. Das geht sehr schnell. Er kann wirklich innerhalb von zehn Minuten so eine Heizungsanlage konfigurieren. Bis 250 kW. Und hat damit dann eine Basis, ein Angebot, was er dem Kunden übergeben kann und kann dieses dann auch überspielen in seine Handwerkersoftware und hat es damit dann für seine weitere Arbeitsweise komplett zur Verfügung. Das ist ja jetzt schon in Funktion. Diese B2C-Webseite Thermobox, was kann die denn? Wirft die am Ende einen Preis auch aus schon oder einen Zirka-Preis oder verweist sie dann auf einen Installateur, mit dem man sich in Kontakt setzen muss. Ja, Sie haben recht. Die erste Phase ist dieses B2B. Was ich gerade beschrieben habe, ist es so, dass dort in dem B2B wir erstmal die Basis schaffen, damit wir in Gesamtdeutschland genügend Handwerker haben, die hier mitwirken. Und Ziel ist es dann, in eine B2C-Variante zu gehen, in der der Endkunde die Chance hat, in einer anderen Ebene auch seine Heizungsanlage mit zu konfigurieren. Und dort ist es dann so, dass diese in der Thermobox vorhandenen Handwerkerschaft eben freigestellt wird, sich die Handwerker dort diesen Auftrag ziehen können und das Ganze dann mit Preisen versehen wird und sehr schnell wieder zurückkommt. Aber nicht sofort im ersten Ansatz einen Preis hat, sondern da guckt dann das Handwerk drauf und der Experte. Und nur das Handwerk kann ja in seiner Kalkulation dann auch einen Preis abgeben, der dem Endkunden eine Richtschnur gibt. Und da muss dann schnell der Kontakt, der persönliche Kontakt hergestellt werden, um dem Endkunden eben auch zu erklären, was das in seiner persönlichen Situation bedeutet für seine Heizungsanlage. Ich sehe zwei Herausforderungen. A, Sie arbeiten meines Wissens mit drei Heizungsunternehmen zusammen. Bosch kann man ja sagen, also Bosch Junkers, Weiland und Prötje. Ist das nicht eine zu große Einschränkung für den Heizungsbauer? Muss er nicht schon mit den Firmen zusammenarbeiten, um von der Thermobox zu profitieren? Das zum einen. Und zum anderen, andere leadgenerierende Webseiten aus der Heizungsindustrie oder von anderen Anbietern weisen mehr oder weniger für den Endkunden dann doch schon einen circa oder doch fast den korrekten Preis aus, der zu erwarten ist, wenn er sich für diese Heizungsanlage, die er konfiguriert hat, entschieden hat. Glauben Sie, dass man die Thermobox Richtung Endkunde wirklich erfolgreich gestalten kann, ohne zumindest einen ungefähren Preis dem Endkunden direkt anbieten zu können? Ich bin sogar davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass man einen Preis, den man abgibt, auch fundiert abgibt. Und ich halte es für sehr schwierig, über Gesamtdeutschland online mäßig einen Preis abzubilden. Im Übrigen ist das genau das Problem, was die Anbieter, die das versuchen oder versucht haben, festgestellt haben, dass es vielleicht in München einen anderen Preis geben könnte als in Emden oder in Leipzig. Und das ist schon sehr schwierig, da sind die Stundensätze anders aus verständlichen Gründen bei den Handwerkern, dort einen Preis abzubilden, der bundesweit gilt. Und das würde ja im Online bedeuten bundesweit. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass der Endkunde, wenn er hinterher eine verlässliche Information bekommt, bevor er seinen Auftrag vergibt. Und das stellt die Praxis eigentlich auch der aktuell im Markt befindlichen dar, seinen Auftrag dann im Heizungskeller vergibt und nicht online. Also er möchte schon wissen, ich bin hier gut aufgehoben und er möchte irgendwann auch einen Preisvergleich machen, völlig klar. Aber er möchte eben die Vertrauensperson, die ihm dann die Heizung vom Netz nimmt und damit er dann auch weiß, im Winter, Weihnachten ist es schön warm, wenn dann die Weihnachtsgans auf dem Tisch steht. Da möchte er schon wissen, auf wen er sich da verlässt. Und deswegen ist das Persönliche ein nicht zu unterschätzender Faktor. Ja, die Geschäftsanbindung kommt online, aber am Ende machen Menschen das Geschäft. Und da wäre ein frühzeitiger Preis nach meiner persönlichen Überzeugung und auch nach allem, was wir in der Thermobox und mit dem Team besprochen haben, nicht zielführend. Noch mal zu den drei Firmen. Ja, die drei Firmen sind richtig, ist der erste Start. Ich hatte eben schon mal die Komplexität angesprochen. Allein mit diesen drei Firmen ist es also eine enorme Komplexität, die wir abbilden im Hintergrund, um die Konfiguration auch wirklich schnell und richtig auf die Spur zu kriegen. Und das heißt ja nicht, dass es immer bei den drei bleiben wird. Mit den drei starten wir und da muss man gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Die letzten Hinweise, wie Förderung und so gestaltet wird, deuten ja darauf hin, dass Gasöl aufs Abstellgleis auf Sicht geraten wird, selbst in der Modernisierung. Wie kann sich ein Händler wie die GC-Gruppe darauf einstellen, das ist ja eine massive Veränderung in den Sortimenten auch für Sie? Ja, die Entwicklung sicherlich im Bereich der Wärmeversorgung ist im Wandel, aber ja auch schon eine gewisse Zeit, wenn wir an die Wärmepumpen denken. Und für uns ist es als Handel ja, wir stehen immer in der Dreistufigkeit wichtig, dass wir gemeinsam mit der Industrie hier uns frühzeitig in die richtige Richtung bewegen. Und da haben wir gute Partner auf der Industrieseite, nicht nur in der Heizung, auch in allen anderen Bereichen, die uns natürlich die Markttrends und die Entwicklungen entsprechend mit aufgeben. Und dann gucken wir gemeinsam, wie wir mit der Industrie hier Multiplikatoren setzen, um entsprechendes auf den Weg zu bringen. Ich glaube, dass die fossilen Brennstoffe, wenn wir überlegen, wie viele heute Heizungsanlagen aktiv sind und wie lange die im Schnitt in Deutschland laufen, uns noch sehr, sehr lange begleiten werden. Und dass wir eben neben dem Bereich Wärmepumpen auch andere neue Produktbereiche haben, die eine Rolle spielen werden in Zukunft. Denken wir an das Thema Heiz-PV, wo wir also Wärmepumpe, Speichermedium mit PV zur Stromspeicherung was mit auf den Weg bringen. Und in diesem Bereich sind wir schon aktiv. Wir haben ja auch ein eigenes Kompetenzzenter, die sich mit diesen neuen Techniken befassen, aber immer in enger Abstimmung mit der Industrie, denn das können wir als Handel gar nicht leisten. Wir können nur auf der einen Seite schauen, das Ohr am Markt haben, was braucht der Markt, was braucht unser Kunde, das Fachhandwerk, was braucht der Endkunde und können dann gemeinsam mit der Industrie die Lösung in den Markt bringen. Wenn die Heizung ja immer mehr Strom getrieben wird, dann kommen natürlich auch Themen wie Smart Home. Bei Ihnen ja mit Cocon haben Sie einen Anbieter, der Smart Home, Living Home da auch bereitstellt. Wie sehen Sie da die Zukunft im Zusammenhang, um da Ressourcen, Energie zu sparen? Bei den neuen Techniken und der neuen System findet ja die Vernetzung aller Systeme statt. Wir haben zum einen die Systeme im Haus, die vernetzt werden, aber darüber hinaus gibt es ja schon Überlegungen und teilweise auch realisierte Projekte, in denen auch das Thema Auto eine Rolle spielt. Also man spricht ja von der Sektorenkopplung, wo man sagt Verkehr, Elektrizität und Wärme gemeinsam werden künftig in der Energiebilanz eine große Bedeutung haben und hier die Vernetzung muss hergestellt werden. Könnte also sein, dass in Zukunft irgendwann mal das Auto für eine Woche das Haus heizt und wenn die Energie über eine entsprechende PV-Anlage da ist, dass wieder zurückgespielt wird. Und hier haben wir neben den neuen Produkten die Chance, dass wir über intelligente Vernetzung Produkte heute schon viel, viel effizienter betreiben können. Also wir können mit dem Smart Home und wenn ich es richtig weiß, sind zwei Drittel der Deutschen recht interessiert an so einem Produkt und wären bereit bis zu 2.000 Euro zu investieren. Können wir also mit dem Smart Home sagen, wie das Wetter wird. Wir können sagen, jetzt die Heizung kann sich darauf einstellen, die kontrollierte Wohnraumlüftung, die Beschattung, also viele Komponenten können wirklich über die intelligente Lösung der Smart Home Anwendung viel, viel besser miteinander betrieben werden. Man weiß dann, wann ist jemand zu Hause und kann also das Ganze, das haben wir heute schon in einigen Bereichen realisiert, bis zu 30 Prozent günstiger gestalten, was die Gesamtenergiekosten angeht und die Nebenkostenrechnung somit dann auch für den Endverbraucher viel, viel positiver ausfällt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir es schaffen, gemeinsam mit der Industrie, mit dem Fachhandwerk hier dem Endkunden auch seine Investitionen hinterher in Einsparungen wieder darzustellen. Und da gibt es Überzeugungsarbeit, die geleistet werden muss. Das ist sehr beratungsintensiv, aber wir haben schon sehr, sehr schöne Erfolge und sind mit Kokon auf einem guten Weg. Das Programm erweitert sich ständig und hier haben wir, glaube ich, den Zahn der Zeit getroffen, ganz gut. Die GC-Gruppe an sich ist ja auch im Elektrobereich tätig. Welcher Zweig des Fachhandwerks ist da aktiver in dem Bereich aus Ihrer Sicht? Können Sie das sagen? Das ist schwierig zu sagen, denn den Handwerk an sich gibt es ja auch nicht. Da können Sie in die SHK-Branche gucken und dann sagen, beschreiben Sie mal den Handwerker. Das Handwerk ist wirklich so dynamisch und auch so vielfältig, dass es den Handwerker weder den Elektriker noch den SHK-Handwerker gibt. Es gibt in beiden Bereichen sehr, sehr aktive Handwerker, die sich sehr mit dem Thema beschäftigen und es gibt sicherlich auch einige, die sich noch nicht so sehr damit befasst haben. Aber da kann man jetzt nicht direkt irgendwie einen Unterschied feststellen. Also beide Gewerke sind gefordert? Unbedingt. Und auch ja im Zusammenspiel gefordert, denn es betrifft ja auch beide. Herr Werner, Bruttopreisfindung, überhaupt Preisgestaltung im Markt vor dem Hintergrund, wie wir eben schon hatten, Multi-Channel. Wie geht GC das Thema an? Bruttopreissenkung ist ja eines der Stichpunkte. Ja, ich glaube, man muss zu Beginn einmal klarstellen, dass wir unterscheiden. Wir haben zum einen die Preisgestaltung zum Fachhandwerk hin. Und zum anderen gibt es darüber hinaus eben die Bruttopreisgestaltung. Und die Bruttopreisgestaltung ist ja nichts anderes als eine unverbindliche Preisempfehlung, die das Fachhandwerk verwenden kann, aber nicht muss. Da gilt das Gleiche, wie ich vorhin schon sagte, dass es natürlich schwierig ist, in der ganzen Republik für jeden einzelnen Fall einen Preis abzubilden, der passt. Und das Fachhandwerk hat dort auch die Chance bei der Preisgestaltung für den Endkunden unser Online-Tool zu verwenden, indem wir die Chance bieten, dass ausgehend vom Einkaufspreis des Fachhandwerkers ein entsprechender Bruttopreis abgebildet werden kann. Es gibt es schon sehr lange im Übrigen. Und bei dieser unverbindlichen Preisempfehlung versuchen wir natürlich immer, einen guten Mittelwert zu finden, der passt. Und in der Natur der Sache muss man den natürlich immer mal wieder anpassen. Das gab es in den vergangenen Jahren schon häufiger im Installationsbereich. Vor vielen Jahren kann ich mich erinnern, vor 20 Jahren im Heizkörperbereich gab es jetzt bei uns im letzten Jahr und auch in diesem Jahr im Bereich Sanitär vor der Wand. Und das haben wir dann entsprechend dem Fachhandwerk auch kommuniziert, wie sich diese unverbindliche Preisempfehlung vielleicht an einigen Stellen verändert hat. Muss das Handwerk spätestens jetzt, wo doch die Branche von guten Umsätzen, von guten Auftragslagen berichtet, auch mal das Thema Stundenlöhne aktiver, sprich nach oben angehen? Also es steht mir nicht zu, dem Handwerk vorzuschreiben, wie sie ihre Stundenlöhne gestalten müssen. Was viel wichtiger ist, glaube ich, ist die Situation der Gesamtleistung. Am Ende interessiert den Kunden das funktionierende Produkt, eingebaut vor der Wand. Und dazu gehört eben eine Menge. Und wir müssen eben gemeinsam mit dem Handwerk darstellen, dass dieses fertige, funktionierende Produkt einen Preis hat. Und wie der sich zusammensetzt und wie das Handwerk das am besten verkauft, ist Aufgabe des Handwerkes. Und das werden die auch gut lösen, da bin ich von überzeugt. Herausforderung Nummer eins, die immer wieder genannt wird, ist die Nachwuchsgewinnung. Die GC-Gruppe unterstützt ja unter anderem auch die Initiative des ZVSHK. Glauben Sie, eine gemeinsame konzertierte Aktion kann den Beruf ins Bewusstsein der jungen Menschen bringen? Was uns besonders beschäftigt, ist natürlich das Thema Nachwuchs. In vielen Bereichen gibt es weniger junge Leute, die sich auch heute in den Möglichkeiten anders entscheiden können. Und insgesamt die Tätigkeiten mit den Händen, also gerade im Handwerk, haben ja in den vergangenen Jahren einen gewissen Schwund an Nachwuchs erfahren und Schwierigkeiten, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen. Und wir sind der Überzeugung, dass wir dort den ZVSHK unterstützen können. Wir finden es gut, dass diese Initiative ins Leben gerufen wurde. Ich glaube, dass es gut erkannt wurde vom ZVSHK. Und es kann nur mit gemeinsamer Kraft auch der Branche gelingen, glaube ich, an vielen Stellen dafür zu werben, dass wieder mehr junge Leute diesen Weg finden. Haben Sie Beispiele? Einige Ihrer Häuser unterstützen ja auch Innungen vor Ort in der Werbung. Oder man geht gemeinsam in Schulen, um den Beruf bekannter zu machen. Gibt es wirklich so Best-Practice-Beispiele, die Sie kennen, wo Sie sagen, sowas müsste intensiviert werden? Also ich glaube, das, was der ZVSHK da angeschoben hat, ist genau der richtige Weg. Dass er nämlich sagt, wir brauchen das persönliche Gespräch. Wir brauchen die persönlichen Kontakte, ob in Schulen, ob auf Ausbildungsmessen, oder eben auch im Bereich der Messen, die stattfinden, wirklich zu sagen, Mensch, hier finden wir den persönlichen Kontakt. Die eine große Maßnahme, die jetzt den riesen Boom bringt, wird es nicht geben, glaube ich. Und die Praxis, auch unsere Praxis hat gezeigt, dass wir, mir fällt persönlich ein Beispiel ein, was wir damals in Dresden hatten. Das war so ein Tag der Ausbildung in einem Gewerbegebiet, wo mit 50 Betrieben eben den jungen Leuten die Chance gegeben wurde, mal zu sehen, wie es in der Praxis aussieht. Und da hatten Handwerksbetriebe verschiedene Stände aufgebaut, haben wirklich gezeigt, wie die Praxis dann aussieht und konnten dann auch ihre offenen Leerstellen besetzen. Also das war eine sehr gelungene Aktion. Abschließende Frage. Die Branche ist seit Jahren ganz gut unterwegs. Wie wird es in Zukunft sein? Ich hoffe gut. Aber klar, eine Glaskugel haben wir alle nicht. Die Voraussetzungen sind richtig gut, die wir haben, die wir gemeinsam haben. Es gibt ein paar Hausaufgaben, die wir zu erledigen haben. Das gehört aber immer dazu, dass man sich entsprechend dynamisch entwickelt. Und ich sehe für die Branche und auch wirklich für die Fachschiene, wenn wir uns weiterhin gemeinsam den Herausforderungen stellen und die richtigen mutigen Lösungen suchen, sehe ich eine gute Zukunft voraus. Es ist aber natürlich so, und das fand ich ganz toll, wir hatten letztens in der Sitzung einen Partner, der hat einen Spruch gebracht, den fand ich passend und den nehmen wir uns jetzt immer so ein bisschen vor, der sagt, du musst in entspannten Zeiten angespannt bleiben, damit du in angespannten Zeiten entspannt bleiben kannst. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man weiß, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, sondern wir müssen immer wieder was dafür tun, damit es positiv weitergeht. Vielen Dank, Herr Werner, und das hoffen wir dann mal für die gesamte Branche. Vielen Dank, Herr Klein. Ja, soweit Ihre SHK TV Nachrichten Sondersendung. Schön, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie uns gerne auch in der nächsten Woche treu. Dann gibt es hier wieder Ihre Sendungen von SHK TV in gewohnter Länge. Bis dahin. opted in der cavalry. Look, da sind meine Kund. Irritatar